Was könnte ich in dem Film erfahren, was ich nur nicht weiß über die Fantastischen Vier? Ja, es ist schon ein ziemlich intimer Blick auf uns. Wir reden darüber, wie schwer es ist, Musik zu machen und auch was das Alter für eine Rolle spielt. Und man kann auch sehen, wie unsere Freundschaft funktioniert. Man sieht auch sehr detailliert, was für eine Puzzlearbeit und bei welchem langen Zeitraum ein Lied zum Beispiel entsteht. Und ich finde, man erfährt sehr viel über uns. Rein theoretisch muss man was Neues über uns erfahren, weil wir selber haben Neues über uns erfahren. Richtig, selbst für uns. Und es ist toll, beim Münchner Filmfest zu sein und den Film vorzustellen. Finde ich super.